So, willkommen zurück zu Room 404 und dann machen wir mal hier ganz spritzig weiter. Alter, hier hat sich ja alles verändert. Ich liebe diese Geräusche, hmm. Immer cool bleiben. Finde, äh, Akt 5, Hotel, Second Floor, Finde, okay, Finde 1, Finde 2, Finde 3, also Räume durchsuchen. Jo, warum denn nicht? Ist es nicht das, was ich gesehen habe, oder? Beach, Alter. Alter, das Game macht mich fertig, Alter. Oh, oh, oh. 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 Oh, muss es jetzt sein? Oh. Oh. God. Oh, Alter. Ja. Anstrengend. Anstrengend. Nein, da muss der Scheiß rum, ey. What the fuck? Bitch, Alter. Jetzt wird noch ein Raum. okay ohne zu hier waren wir schon hier Tritoucher, da. Aha. Okay. enter the room erst layers of fear dann der room und dann der leder oh my god vielleicht noch ein bisschen wisse blauer ein bisschen outlast noch zocken oh ja warum denn auch nicht damit das gehirn so richtig knackt es war noch zahlen belastend einmal die zwei ich war nicht zwei und drei zwei drei und sieben zwei und drei und sieben zwei und drei und sieben ich war so richtig ist nice Das ist ja... Du wirst wirklich nicht erinnern. Ich bin hier, um dich zu erinnern. Du wirst wissen, wer ich bin. Ich bin das Gesicht, die du versuchst. Das ist mir, Vater. Dein Sohn, Cody. Der Sohn, der von dir wurde murdered. Vor meiner Mutter. In der Gottforsakten Runde. Wir sind falsch, Cody. Das war nicht ich. Lass mich dir helfen. Bist du dir helfen. Bist du durch deine Schmerzen? Ich habe nichts zu tun mit ihm. Ich bin hier, um sie zu retten. Ich wünsche, dass ich dich auch zu retten. Du bist deranget. Du bist der Mann, der nie war für uns. Du hast dich selbst bedominiert durch das Schmerzen in dir. Ich bin sehr entschuldigt. Entschuldigung, Vater. Du wirst nie mich verletzen. Du wirst regeln. Du hast mir mochte Zeichen zu tun. Dieses Schmerzen habe. Du wirst auch deinen eigenen Bestand. Du wirst höchst. Du wirst gewöhnt. Ich möchte meine Mutter zurück, und dann töten Sie sich selbst. Sie wird bald wundern für dich in meinem Weltkrieg. Denn ich werde dich nie mit ihr sein, in diesem Leben. Sie wird wundern für dich in meinem Leben. Für ich will never let you be with her in this life. Liar! Liar! Watch out! Gut, machen wir hier erstmal Stopp und machen danach in der nächsten spritzigen Runde weiter. Also haut rein, bis dann! So. 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 So.